Moin! Ich bin immer noch am Walzen hier und mache meine Felder kleiner. Feld 26, eine Mammutaufgabe sozusagen. Joa, nützt nix. Ich habe versucht, das mit Cosplay machen zu lassen. Ha, ist so ein bisschen gefloppt. War nicht so schön. Das war nicht so schön, das funktionierte nicht. Der erkennt das dann auch nicht als Feldarbeit. Ich konnte das dann nur als Überführungskurs machen. Und das war nicht so prall. Jetzt haben wir gleich das erste Vorgewende. Wir ziehen hier echt ringsherum. Ziehen wir drei Vorgewende von dieser Nummer. Damit wir hier das Feld dann auch vollautomatisch tatsächlich... Ich würde das Feld wirklich vollautomatisch abernten lassen können, wenn das denn nochmal abgeerntet werden muss dieses Jahr, äh, diesmal, äh, so im LS17. Mal gucken. Und sonst machen wir das im LS19 nochmal. So, da steckt irgendeiner im Verkehr fest. Muss ich mir gleich mal angucken. Muss ich mir jetzt eigentlich angucken. Es ist wichtiger, dass hier die Arbeit läuft, als dass ich... Oh, das passt. Na, das passt ja noch nicht. Ja. Also wieder rüber zu Feld 26. Und weitermachen. Ja, so. Feld 15 wird also auch geerntet. Danach kommt dann Feld 14 noch dran. Ja, das läuft doch. Dann haben wir doch in wenigen Wochen, haben wir hier die Ernte doch abgeschlossen. Wieso ist denn das nicht an? Was ist das denn aus? Das finde ich ja jetzt gar nicht lustig. So, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 16 kmh knistern wir hier rüber. So, 16 kmh. Ja, heute ist Freitag. Heute gilt ABM Arbeiten bis Mittag. Freitag am 1 macht jeder seins, sozusagen. Ja, nicht ganz. Also für mich nicht. Ich habe leider länger zu tun. Aber, hey, trotzdem. Bei vielen ist das mit Sicherheit so. Und das ist auch gut so. Seht ihr? Und jetzt fahren wir hier mal ein Stück nach rechts. Hallo. So, und schalten dann wieder GPS ein und fahren dann hier nach GPS weiter. Und so machen wir das einmal ringsherum. Und dann ist alles schön. So, Feld 13 ist auch fertig. Das heißt, ich könnte Feld 14 in Angriff nehmen. Ja. Machen wir gleich. Was hier echt so sinnvoll ist, die Felder so klein zu machen. Und dann ist es so sinnvoll ist, die Felder so klein zu machen. Und sich gerade drehen. Naja, wichtig ist, dass ich das da nachher noch wegkriege. Das wäre noch wichtig. Oh, hier ist es eigentlich gar nicht so schlimm, weil hier habe ich ja genug Platz. Aber... Ja, eigentlich will ich das hier auch gar nicht viel breiter machen, aber da vorne, also da hinten sah es doch blöd aus. Ja, ich habe das hier auch gar nicht viel breiter. ist nicht schon reicht zwei vorgewinne wahrscheinlich nicht ach so ich wollte jetzt erstmal mich hier um den drescher kümmern na klar sorry abfahrer entlassen so dann wort abfahren wo auch immer du jetzt hinfährst auch Feld 14 Eben den Abfahrer überholen mit dem Drescher auch nicht schlecht So, eigentlich könnte man das auch zusammenlegen zu einem großen Feld Oh, dann habe ich hier meine schöne Durchfahrt nicht mehr So, Feld 14 Das ist der Startpunkt Dann fahren wir da doch mal hin Dann fahren wir da doch mal hin Dann fahren wir da doch mal hin Und dann fahren wir da doch mal hin Und dann fahren wir da doch mal hin Vielleicht kriege ich ja hier irgendwo noch schnell den MB Truck zu fassen. Da. Da. Das war's. das war jetzt eigentlich ein doofer kurs aber funktioniert wo steht denn meiner jetzt da steht ja dann schauen wir mal ich muss eben ganz kurz was machen ganz kurz da bin ich wieder mal eben schnell was nachschauen so Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, es geht hier aufs Ende der Bahn zu und es geht auch auf Ende der Folge zu, tatsächlich schon. Unglaublich. Da ist es. Leute, das war es für heute Freitag. Kein Livestream, hatte ich ja schon gesagt. Morgen auch nicht. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es morgen eine Match-Folge gibt. Wenn es gestern keine gab, dann gibt es morgen auch keine. Das kann ich euch verraten. Weil dann sind wir nämlich diese Woche nicht dazu gekommen, eine aufzuzeichnen. Haben keinen gemeinsamen Termin gefunden. Das kann durchaus sein. Das ist nicht schön, aber es kann sein. Da müsst ihr euch eine Woche gedulden. Das tut mir leid. Mir selber tut es auch leid. Also, ich selber finde es dann auch schade, weil ich das nämlich echt gerne spiele. Aber mal gucken. Ich kann es eben noch nicht versprechen. Das wird sich jetzt klären und ihr werdet es dann merken. Dann, ob ihr stattdessen geht. Ja. Vielen Dank. Und los geht's hier. Guckt doch, ich mach mal die Ernteflotte da an. Guckt's euch an. Jetzt stoßen sie gleich zusammen, oder wie? Kommen nicht weiter. Lächerlich. Echt lächerlich. Ah, Mann, doch. Oh, Mann, ey. Okay. 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 Oh, Mann, 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 Mann. Nichts als Stress hier. Nichts als Stress, ich sag's euch. Ja, wir überziehen. Ja, wir überziehen. Ha, siehste. Ja, genau. Stimmt das? Ja, stimmt. Wir überziehen. Äh, Leute, dann verabschiede ich mich bei euch und sag danke und wir sehen uns morgen. Tschau. Tschau.